Guten Morgen, ich wünsche dir in der Segen des Scheindachs, in der Bibelförse von dem steht Matthäus 17, Vers 18. Der andere ist das Irren schlicht zu haben, und du so tun für Leute, und du jüngst von Deutschland und gesund. Ich weiß nicht, wenn du dich schrecklich bekommen hast, aber wie sein, dass das Jung ist. Der hat für den Stuhl und den Ohrstuhl gelebt. Und ich denke, jeder Paar Älteren, die uns das erfahren haben, von ihren Kindern, die wissen, was von dem Video der Älteren dort bringt, der dort unter sein wird. So dies Morgen, er bringt sein Segen nur die Genie, aber die Genie, die können an mich heulen. Nun, der letzte schneidet sich für Jesus in Frücham nur halb. Und dort weiß ich gut, dass das Jung sind Ohrstuhl, die wir gedreht werden von einem bösen Jesus. Jesus zu sehen, dass ein Jesus, er soll verluten, in dem Verlut, in dem Moment. In der Brachter ging er auf die Früche in Früchen am Früchen sei, worum können wir das nicht tun, wenn er sich Jesus wie in Jesu einen kleinen Glauben haben. Nun, ich weiß nicht von dir, ob mein Glauben ist, dass ein Simulok sei ein klein. Aber ich will das eine Ding, dass Jesus sagt, wenn wir Glauben haben, so ein Samenkorn, dann haben wir alle Böse gehoffen. In dem das Bibel ist, wird er gesagt, dass das wahr ist. So, der Frau erst wird von Glauben haben, in dem wem Glauben. Ich möchte Gott die Wiedersehen in den Scheinen dach geben. Und dann werden wir alle Böse machen. Untertitelung des ZDF, 2020